Musik Wir stehen heute vor dem Scheidegger, ein ganz tolles Wirtshaus, wo wir auch selbst immer mittags essen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was es da drin gibt für uns. Ich habe aber schon eine Idee. Wartet's ab, kommt's mit rein. Hallo, Servus. Hi. Ich bin Jonathan von 1913. Und wir haben eine ganz besondere Idee. Wir machen einen Adventskalender, aber kein ganz normales, sondern wir öffnen jeden Tag eine neue Türe. Und wir bitten jeden, ob er uns was spenden kann. In eurem Fall habe ich schon eine Idee. Und zwar zwei Essen für zwei Personen mit jeweils einem Getränk. Das würde ich super finden und das wollen wir dann auf unserer Facebook-Seite spenden für die Menschen auf den Philippinen. In den Philippinen ist das. Ja, genau. Okay, okay. Wie findest du das? Ist es zu frech, zwei Essen? Nee, kann man machen. Nee, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, doch, kann man machen. Immer dabei. Und das ist super, läuft ja wie geschmiert. Jetzt? Dann, weil es so gut lief, nehme ich jetzt noch einen Pilz, ein kleines. Okay. Ein kleines. Mutanträgen für die anderen. Schön. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Super. Zum Wohl. Talmudiano, so.